Zwar sind Klimastreiks der Jugend in Polen ein neues Element, doch auch hier sind Schüler auf die Straße gegangen. Und eine 13-Jährige hat jeden Freitag im Juli vor dem polnischen Parlament protestiert. Bereits im Rahmen des Klimagipfels in Katowice im Dezember 2018 versammelten sich örtliche Schüler zu spontanen Protesten. Danach im Februar folgten weitere kleinere Demonstrationen in wenigen größeren Städten. Zum Beispiel in Warschau kamen ca. 200 Personen. Jedoch schon zu den ersten Kundgebungen im Rahmen der Fridays for Future Bewegung am 15. März fand die Demonstration in knapp 30 polnischen Städten statt. Landesweit erschien um die 10.000 Teilnehmer. Die Schüler in Polen fordern vor allem eine ernsthafte Bekämpfung des Klimawandels. Sie protestieren gegen eine untätige Energiepolitik, die auf der Kohle basiert und fordern einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Gleichzeitig ist es ihnen auch wichtig, ein Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen. Deswegen fordern sie, dass diese im Schulunterricht ausführlicher besprochen werden sollen. Ende Juni wiederum hat die 13-jährige Inga beschlossen, vor dem SEM zu streiten. Sie nahm sich Greta Thunberg als Vorbild. Jeden Freitag im Juli stand sie vor dem polnischen Parlamentsgebäude. Zuerst war sie alleine. Danach wurde sie auch von anderen begleitet. Unterstützung fand die Streiks von Oppositionspolitiken. Auch Premierminister Morawiecki sagte, er stehe mit Inga auf der gleichen Seite und wehrte sich gegen Vorwürfe, die Regierung täte nichts im Bereich Klimaschutz. Am EU-Gipfel aber hatten Polen und wenige andere Länder die Abschlusserklärung blockiert, die eine Klimaneutralität bis 2050 vorgesehen hatte. Das Argument dafür war, die polnische Wirtschaft nicht mit weiteren ambitionierten Klimazielen zu belasten. Was aber auch nicht zu vergessen ist, Polen verbraucht nur halb so viel Energie wie westliche Länder. Die Polen machen sich aber dennoch die Sorgen um den Stand des Klimas, vor allem global. Rund 68% der Befragten äußern sich besorgt über den Zustand der Umwelt im eigenen Land und 79% der Polen auf der Welt. Wiederum, nur jeder Dritte gibt an, dass der Zustand an dem Ort, an dem er lebt, im hohen Maße der Grund für seine Angst ist. Jahrzehntelang war Umweltschutz in Polen kein Thema, im Kommunismus schon gar nicht. Nach 1989 wollte man die Wirtschaft schnell entwickeln und achte weniger auf klimafreundliche Bedingungen. Diese Haltung ändert sich, auch wenn zu langsam. Der Klimawandel war ein Thema schon in der Wahlkampagne zum Europäischen Parlament. Im Herbst von den Parlamentswahlen wird es auch eine Rolle spielen. Mit welcher Schlagkraft wird sich zeigen.